Unser Ziel ist so eine Art Green Amazon zu sein, mit unterschiedlichsten Produktkategorien, aber alle nachhaltig. Wir wussten, dass wir uns da nicht das einfachste Thema suchen, dass die Seite natürlich schön ausschaut, dass sie Ladezeiten hat. Es gibt euch schon, man kann bei euch schon online shoppen. Wir haben neue Nachhaltigkeitskriterien, langlebig, regional, CO2-Spaß haben zum Beispiel hergestellt und es gibt keine unnötigen Verpackungen. Es ist ja irgendwie auch am Ende ein Teamsport, den wir als Bianco First Produkte anbieten. Das ist ein cooler Name und die Biene und so weiter. Das ist nicht die Beäufige nicht. Hobby und Beruf sehr vereint. Ich kann mich nicht über zu viel Freizeit beklagen. Das Baby ist nie weg, gell? Genau. Mut, dass andere Mut zur Veränderung haben. Powered by die Mutmacherwei.